Hallo, ich bin Lotte de Bär und ich werde die neue Direktorin sein von der Volksoper Wien. Ich fühle mich sehr willkommen geheißen in Wien und jetzt darf ich Sie willkommen heißen. Und ich freue mich, dass ich über die neuen Pläne erzählen kann, was wir alles so vorhaben im ersten Spielplan. Unsere erste Premiere ist die Du Barry. Das ist eine Wiener Operette, geschrieben von Karl Milliker, die aber in den 30er Jahren in Berlin von Theo Makebe eine Überarbeitung bekommen hat. Unser Dirigent Kai Tietje macht jetzt eine neue Version, wobei die Wiener und Berliner still beieinander kommen. Jan Philipp Gloger und sein Team nehmen uns mit auf eine theatralische Zeitreise. Sie fangen an ins Heute, gehen dann zu den 30er Jahren Berlin, kommen im 19. Jahrhundert in Wien aus und dann endlich kommen wir in die Zeit, wo das Stück wirklich spielt, nämlich in die Zeit von Louis Cairns. Und er versucht mit seinem Team die Frage zu beantworten, inwieweit der Blick auf Weiblichkeit sich verändert hat oder auch nicht. Annette Dasch ist unsere Du Barry und der König wird gespielt von Harald Schmidt. Eine von meinen Lieblungsopern ist Jolante. Das ist ein Akter von Tchaikovsky, die der Uraufführung hatte am gleichen Abend mit dem Ballett der Nussknacker. Und jetzt verflechten wir die beiden Stücke, um ein Familienstück zu schaffen, worin wir das Moment erzählen, worin alle von uns sich entscheiden müssen, ob man für ewig eine blinde Prinzessin bleibt oder die Augen öffnet, um die Welt in seiner ganzen Unvollkommenheit zu sehen. Ich werde das Stück selber inszenieren und ich bin total froh, dass meine erste richtige Regiearbeit in diesem Haus eine Koproduktion sein wird mit der Wiener Staatsballett. André Kaidenowski ist unser Choreograf und Omar Merwerber, unser neuer Musikdirektor, wird das musikalisch leiten. Dann kommt die Drei-Groschen-Oper. Das ist unsere allererste Manifesto-Produktion. Jedes Jahr versuchen wir, ein Regie-Team einzuladen, um nicht nur eine Produktion herzustellen, sondern auch ein Manifesto bei uns zu hinterlassen. Und das erste Stück ist Kurt Weil und Bertolt Brechts Drei-Groschen-Oper. Dafür haben wir Maurice Lehnhardt gefragt und sein ganz junges Team. Die haben ein tolles Konzept bearbeitet. Carlo Goldstein wird das dirigieren. Und man kann so gut zeigen, was für ein tolles Ensemble wir haben als Allrounders, die nicht nur toll singen können, sondern auch spielen und sprechen. Und sie können dieses Stück über die unglaubliche Schlechtheit von der Mensch ganz lecker auf die Bühne bringen. Orphers in der Unterwelt, eine Operette von Offenbach. So eine Art Mythen-Travestie, eine antiken Parodie. Dafür haben wir Spy Monkey gefragt. Das ist eine britische Physical Comedy Group. Und wir haben sie eigentlich gefragt, um zu untersuchen, wie witzig Musiktheater heute sein kann. Sie sind schon ein paar Mal zu uns gekommen und haben Workshops gemacht mit unseren Sängern. Und wir haben wirklich teilweise unter den Stühlen geliegen vom Lachen. Alexander Joel wird ein fantastisches Ensemble leiten mit alten Bekannten, so wie Marco di Sapia, und auch neuen Gesichtern. Zum Beispiel die junge österreichische Sopranistin Hedwig Ritter. Und Ruth Brauer-Quam wird öffentlicher Meinung sein. Ich freue mich riesig drauf. Die nächste Premiere ist ein Ballettabend vom Wiener Staatsballett. Promethean Fire. In zwei Teile zeigt man die American Modern Dance Sprache. Es wird ein Abend zwischen Hybris und Menschlichkeit, zwischen Katastrophe und Schönheit und zwischen Schöpfung und Vergänglichkeit. Mark Morris, Paul Taylor und Martin Schlepfer machen die Choreografie. Das wird hochspannend. Und dann kommt jetzt eine Operette, aber eine neu geschriebene. Wir haben einen Auftrag gegeben an Moritz Egger, der Komponist, um zu sehen, wo kann die Operette sich hin entwickeln in unserer Zeit. Und er hat eine Verschwörungsoperette geschrieben. Wir gehen von die Flat Earthers auf UFOs, auf Aliens, auf Robots, die die Menschen führen. Und vor allem machen wir das in eine große Show mit Ballett, mit Chor, mit Zensoli. Und wir versuchen zu definieren, was eine Operette jetzt sein kann. Danach machen wir eine echte Spieloper, die Lustige Weiber von Windsor. Ein von unseren ersten Gastdirigenten, Ben Glassberg, wird das dirigieren und hat, glaube ich, mit unserem Ensemble-Mitglied Martin Winkler eine Idealbesetzung für Falstaff. Das Regie-Team besteht aus zwei ganz interessanten Künstlerinnen. Regisseur Nina Speikers und Bühnenbildnerin Ray Smith werden zusammen einen urkomischen feministischen Blick werfen auf diese Shakespeare-Bearbeitung. Die letzte Premiere der Saison. Als ich das erste Mal mit Nurkan Erpolat gesprochen habe, er ist ein deutsch-türkischer, ganz toller Regisseur, hat er mich gebeten, ob er die Türkenoper von Mozart machen darf, die Entführung aus unserer Reihe. Und er glaubt, dass er viel abenteuerlicher, viel extremer, viel witziger diese Geschichte erzählen kann, als wir das vielleicht selber könnten. Und er hat ein Konzept gemacht, wobei Basta Selim uns als Erzähler mitnimmt, um dieses Stück aus seinen Augen zu sehen. Das wird hochspannend. Besonders, weil man auch so gut in diesem Stück zeigen kann, was ein tolles Mozart-Ensemble wir haben bei der Volksoper. Stefan Czerny, Rebecca Nelson, Timothy Fallon. Das dürfen Sie nicht verpassen. Dann gibt es noch ganz viele Sonderprojekte. Omar Merwerber introduziert eine neue Konzertreihe zum Beispiel. Es gibt eine neue Bearbeitung von unserer fantastischen Fledermaus von Maria Happel, die selber Frau Frosch spielen wird. Es gibt Zusammenarbeitungen mit die Vienna Pride, mit Wiener Festwochen. Es gibt ganz viele Sachen für Familien und Kinder. Zum Beispiel ein niederländischer Künstler, Steve the Junge, der aus Pappe ganze Operette-Welte baut. Und, 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 es gibt so viel zu erzählen, aber Sie müssen einfach kommen. Ich freue mich auf Sie. Ich freue mich auf Sie.